Hm, nicht wirklich. Creditkarten, Daten erhalten. Ja, das ist ja schön. Hm. Gucken wir nochmal. Also wir haben hier rechts einen kleinen Raum mit so einem Fahrstuhl gedöhnt, wo wir nicht weiterkommen. Was war denn da oben rechts bei der roten Tür? Hm. Gucken wir nochmal. Was da war... Ach ja, eine Bombe muss hier überlusten, wenn das Ding aktiviert wird. Alles komm her, du kleines Mistviech. Gehen wir nochmal durch und nochmal an den 100.000 Monstern hier vorbei. Hier ist verrecke. Geht doch. Und durch. Das war... Zwei Etagen höher, okay. Dann gehen wir halt mal zwei Etagen höher. Hier, auf der Seite. Was war da am Ende? Ah, ja, ich erinnere mich. Diese Fahrstuhl, Mist. Aber wieso... Gehen die Fahrstühle nicht? Wieso gehen sie nicht? Ganz oben rechts, da war ja auch noch so ein Fahrstuhl. Lava mit Lava. Das weiß ich halt nicht. Guckt man da irgendwie noch zu Fuß durch? Was war denn hier links mit dem Fahrstuhl? Nein, das war verkehrt. Nein, das war verkehrt. Alles manchmal nicht ganz so einfach. Nein, kann ich nicht durch. Es gibt manchmal auch so Fake-Lava. Deswegen versuche ich das hier gerade. Nein, das ist ganz verkehrt. Okay, es geht da tiefer runter. Und hier geht es halt auch tiefer runter. Aber das werde ich jetzt nicht überleben. Nee, das wird so nix. Da kriegen wir erst später einen Anzug dafür, damit wir das überleben. Aber so wird das nix. Nee. Okay, habt ihr auch mal die Sterbe-Animation gesehen? Ein neuter Versuch? Ja. Jetzt haben wir natürlich die Map nicht mehr und sowas. Aber die Map bringt uns auch nicht viel, wenn wir generell nicht wissen, was und wo wir was tun sollen. Dann können wir uns natürlich einmal kurz nicht mehr holen. Das ist ja nicht alt so ein weiter Weg. Ui, aua. Wo kommt der Herr hier? Der Mistviecher. Ähm. So. Leben gelöst. Durch. Und ja. Nochmal. Zack. Und Karte. Hm. Also wir müssen immer noch nach unten. Wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Ja. Ach, ich vergesse diese Mistviecher immer. Ja. Dann hier nochmal den Typen. Ja geht doch. Kommen wir doch nochmal rechts in den einen Raum. Ob wir da vielleicht nicht doch noch irgendwas machen können? Nein, das war uns noch nicht geplant. Nein, okay, dann kommen wir hier nicht durch. Vielleicht irgendwo höher? Nee, auch nicht. Gehen wir da noch mal rein. Bin der Mann und die Dinger leuchten auch einfach irgendwann. Diese roten, links diese kugelhaften Dinger da. Aber wann? Und was muss ich dafür tun, das weiß ich nicht. Alter, geh mir nicht auf den Sack hier. Ja, ihr könnt mich mal. Alles noch mal hier. Geht doch, ihr könnt mich mal. Aua, aua, aaaah. Weg, 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 weg. Aua. Wir müssen hier jetzt noch mal runter. Damit wir überhaupt in eine höhere Etage kommen. Kann ich hier noch mal rein? Ja, können wir aber. Dann können wir auch nur Sachen einsammeln. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Zumindest nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Das heißt, wir müssen immer noch einen Schalter finden. Es sind nicht einfach nur die Dinger, wenn man da drauf... Dings, so, das muss... Ne, es ist einfach ein Strom abgestellt. Das war hier rechts. War das hier mit den Moskitos? Ne, das war hier mit der Stelle, wo ich nicht durchkam. Weil dann brauchen wir wieder eins von diesen Chozo-Artefakt-unbekannten Dingern. Die wir dann benutzen können, um da... Ne, wisst ihr schon. Dann muss ich mich hier durchballern. Aber ja, gut, klar. Und zack. Nein. Aha. Nein. Ich bin manchmal zu doof, ey. Zu doof. So, komm her. So, und zack. Und... Müssen wir kurz warten. So. Drauf, drauf. Ähm... Ja, wir müssen ja nach U. Einfach nur mal, um zu gucken, ob wir da noch irgendwas erreichen können. Hier war jetzt das mit den Moskitos, ne? Ja. Mit dem Boden, wo ich nicht drüber laufen kann. Außer ich habe verdammt viel Speed. Das habe ich noch nicht. Hier war ja auch noch der eine Raum mit den... Ähm... Fahrstuhl hier. War das ja das, was wir vorhin versucht haben, wo wir gestorben sind? Ja, ne? Können wir? Können wir hier so ran und dann... Nein, können wir nicht. Okay. Wird da von Block zu Block gehen können mit dem Morph-Pile? Nein. Das springt ja nicht drüber. Okay. Das klappt also nicht. Alles manchmal ein bisschen knifflig. Aber nicht unmöglich. Schauen wir hier nochmal. Hier war ja das Dingens, wo ich mich jetzt wieder so verdammt doof anstelle und enorm viel Leben verloren habe. Und gut, dass der Bosskampf nicht sofort und jetzt ungleich ist. So, direkt habe ich. Sehr schön. Gucken wir hier noch mal, ob wir hier irgendwas machen können. Hier war ja noch die eine Tür. Die wir so auf die Schnelle nicht erreicht haben. Ja. Nämlich hier. Und da ran. Wir haben hier sogar zwei Türen. Und wir haben hier halt diese Tür, wo wir hier nicht rankommen. Das heißt, vielleicht kommen wir da an die untere Tür irgendwie. Mit den Bomben. Nein, ne? Ah, wie denn dann. Kommt man dann bestimmt dann irgendwie von der anderen Seite raus und kann dann sich da durchfallen lassen und fällt dann da in den unteren Raum und so weiter. Ah, was heißt die Aua? Ich bin einfach nur runtergefallen. So, hier war ja auch nochmal diese Fahrstuhl. Aber hier können wir weitergehen und das haben wir bisher nicht gemacht. Oh, ich bin so doof. Ernsthaft. Oh, shit. So, hier rein. Ja, sehr schön. So, hier rein. Ich glaube, ja. Mal gucken, was erwartet uns denn hier. Aha. Und da kommt jetzt Energie drauf. Siehe da, siehe da. Und da ist ein Energietank. Ich komme hier nicht mehr zurück. Vielleicht, wenn ich jetzt dagegen klinge. Ja, genau. Dann kommt hier das Ding. Sehr schön. Endlich. Es wurde auch Zeit. Okay, speichern. Endlich haben wir das Rätsel gelöst. Weil ich einfach nur zu doof bin. So, so bin ich hier. Whoa, 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 whoa. Bleib mal locker hier. Ja. Ah. Shit, 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 shit. Ah. Weg, weg. Nein, das war doof, das war doof. Na, sie springt nicht, verdammt. Alter, mach, mach, mach. Ja, geht doch. So. So schon besser. Und nochmal, yeah, bam. Bam-otastisch und so. Nein, das war, das war schlecht. Und bam-bam-bam-bam. Ist einer abgeprallt. Okay, shit. Okay, weiter. Nein, schlecht. Es attackiert jetzt schneller. Und bam-bam-bam-bam. Das war ein bisschen zu viel. Nein, nein. Ja, besser. Aua. Schlecht. Ganz schlecht. Ah, shit. Okay. Und drauf. Ah, shit. Das war ein bisschen daneben. So, jetzt aber drauf, 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 drauf. Shit, nur noch sieben. Schuss. Nein. Nein. Zwei noch. Und nicht mal so viel Leben. Oh, oh. Ja, da geht es down. Da ist es down. Sehr schön. Puh, das war knapp. Was haben wir denn jetzt hier? Wir können jetzt runter. Wollen wir das denn? Ich glaube, ja. Was erwartet uns hier? Aber... Außer einmal nichts. Es ist doch nicht wahr, dass hier jetzt nichts ist. Oder doch? Tschüss. Ja, ich bin.